Ich habe einen 112er. Ja, hier jetzt der Punkt, wo ich bin. Boah, mit Gammelfleisch, ein Viertel schon. Oder ein Viertel. Cool, der ist fast mit der Hälfte, wenn du eine große Kacke nimmst. Okay. Der ist hier bei der Hälfte. Also große Kacke habe ich auch. Ja, dann musst du ein Teil mehr füttern. Probier ich jetzt. Na gut, da ist ein Drittel. Vorsicht, da kommt ein Baby Rex. Na, da kommt gerade kein Baby Rex. Da kommt nur ein Willis. Und danach kommt ein Baby Rex. Also meinen Drachen ignoriert er, weil der Stärke ist und ich bin getarnt. Das sollte funktionieren. Ja, da ist vorhin auch mein Drachen los. Jupp. Wie gehen auf dein Drachen los, das kannst du mir glauben. Ja, normalerweise sollten sie das nicht. Guck mal, wie fühle ich mich jetzt unter mir versammeln. Weil die auf den Drachen wohl. Immer weiter in Richtung. Aber das Gute ist, so kann ich gucken, welche Leute unter mir sind. Oh, du blöder Missgeber. 64. Ich verstehe es aber nicht, warum die hier angreifen. Vorhin war der in unserer Base und hat nichts angegriffen. Weil getamt, beschlägt was anderes. Nein, der war noch nicht getamt. Da ist ein Baby-Vogel, wo er rumfliegt. Ich weiß nicht. Nein, der Drachen habe ich dorthin gestellt und ... Okay, also ... Oh, wird das einfach nicht kommen. Die ... ... hat der Pulte ... ... und diese Toretz da. Ja. Ja. Diese stückliche Quaden stehen immer noch da, weil ich sie gebaut habe. Mmhm. Okay. Okay, ja, und jetzt ... Vielleicht springen sie nach. Das passiert bei Tieren öfters auf Quetzel-Plattformen. Oh ja, große Kacke ist super. Oh ja, ne? Aber gut zu wissen, dass Gammelfleisch auch geht. Wenn du mal einen schönen findest, kannst du auch Gammel nähen. Wenn du nicht anderes zur Hand hast. Ja, wenn der Drache nicht kacken will, dann... In den Käfer rein oder was? In den Käfer, ja. Zum Füttern, zum Zähmen. Oh, ist der niedlich, ist der süß. Was denn? Ein Baby-Arkendavis. Ja, ne? Ja, der flattert hier durch die Gegend. Ja, aber der Wilde flattert hier durch die Gegend. Und du darfst schneller wieder füttern mit Kacke. Das dauert nicht so lange wie bei Gammelfleisch. Oh ja, ich... Oh, ein Dino-Kacke, ein Menschen-Kacke, Käfer voll. Galenius, wo man drei Leute draufsetzen kann. Was? Okay. Galenius ist ja der schnelle Dino. Und dann im Kopf. Gäfer quadra. Und dann? Und dann? Mal? Untertitelung des ZDF, 2020